Der O-Tchigah ist eine große Innensichtel. Ich greife am Kragen und am Ärmel. Johanna auch. Johanna kommt mit ihrem Nicht-Patsugu-Bein ein Stück nach vorne. Ich gehe ganz nah an sie ran und mache ein großes O, also einen großen Kreis mit meinen Patsugu-Beinen. Von innen nach außen. Jetzt ziehe ich sie dort hinten in das Loch hinein. Einmal.